Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 17. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns gestern schon die Skripts unter ESPHome angesehen haben, möchte ich heute einmal mit euch über Bedingungen sprechen. If-then-else wird jeder schon mal von euch gehört haben und das gibt es natürlich auch in ESPHome. Wie man jetzt solche Bedingungen und Abfragen ausführen kann bzw. was es dabei zu beachten gibt, wenn man diese umsetzen möchte in seinem Programm, das schauen wir uns in diesem Video näher an. Wenn euch diese Serie weiterhilft und euch meine Videos gefallen, würde es mich riesig freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Daumen hoch belohnen würdet. Ist für euch nur ein Klick, für mich aber direkt doppelter Support, denn es zeigt nicht nur mir, dass euch meine Videos gefallen, sondern auch dem YouTube-Algorithmus, dass es sich lohnt, diese Videos weiter zu promoten. Also doppelter Support mit nur einem Klick. Vielen vielen Dank an der Stelle dafür und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Hier befinden wir uns jetzt bei mir im Home Assistant und im heutigen Teil machen wir einmal mit dem Projekt vom letzten Mal weiter und zwar mit dem Projekt Script Test. Zur Erinnerung, wir hatten uns hier zwei Schalter und einen Binary-Sensor angelegt. Das heißt, ich kann hier einmal auf meinen Taster drücken und dann seht ihr das hier unten. Und wir hatten hier unseren Testsensor und wenn ich den schalte, dann wurde dadurch das Skript hier oben der Demo-Schalter eingeschaltet und anschließend der Testsensor wieder abgeschaltet. Dieses Projekt möchten wir jetzt mit weiteren Bedingungen versehen. Gehen wir dazu mal nach ESPHome in das Projekt Script Test. In diesem Projekt hatten wir ja unseren Demo-Schalter. Das ist eben der Schalter, der von den anderen beiden Aktionen immer hin und her geschaltet wird. Dann den zweiten Switch. Das ist unser Testsensor. Dieser löst ja per Execute Script das Skript aus und schaltet sich dann nach einer Sekunde selber wieder ab. Unser Binär-Sensor, der einfach darauf reagiert, dass ich hier wirklich eine Taste drücke und dann das Skript stoppt und das eigentliche Skript. Im heutigen Video soll es ja um Bedingungen gehen und ich habe mir überlegt, wir nutzen dafür jetzt einfach mal hier diesen Binary-Sensor und wir möchten jetzt bei OnClick, also in dem Moment, wo ich meine Taste drücke, überprüfen, ob das Skript MyScript überhaupt läuft. Wenn es läuft, dann soll das Skript gestoppt werden und ansonsten soll das Skript gestartet werden. Um jetzt überhaupt erst mal herauszufinden, was wir dafür tun müssen, gehen wir auf die ESPHome-Startseite und suchen jetzt hier einmal nach Condition. Und dann sehen wir hier, Conditions findet er bei Automations und Templates und das ist auch der Punkt, der uns interessiert. Also gehen wir auf Automations und Templates und dann sehen wir hier auf der linken Seite All Conditions. Da klicken wir einmal drauf und hier sehen wir jetzt erst mal sämtliche Möglichkeiten, die wir haben, um verschiedene Zustände abzufragen und uns unsere Bedingungen zu definieren. Da gibt es hier als erstes genannt den Punkt Lambda. Auf diesen werde ich in dieser Tutorial-Serie nicht weiter eingehen. Dann gibt es die Conditions End, Or und Not. Mit diesen lassen sich mehrere Bedingungen verknüpfen. End sorgt dafür, dass alle Bedingungen wahr sein müssen. Or sorgt dafür, dass nur eine davon wahr sein muss. Und Not verneint eben das Ganze. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, der Schalter soll nicht an sein, dann heißt es eben genau das. Wir negieren also unsere Abfrage damit. Das schauen wir uns nachher auch noch an. Dann haben wir mit For zum Beispiel die Möglichkeit, einen Zustand auf seine Dauer zu überprüfen. Heißt, wir können damit zum Beispiel prüfen, ist ein Schalter für eine Minute lang eingeschaltet gewesen. Und dann gibt es hier noch für die einzelnen Integrationstypen unterschiedliche Abfragemöglichkeiten. Bei Binary-Sensor zum Beispiel ist On oder ist Off. Bei Switch ist es ebenfalls ist On und ist Off. Bei einem Sensor, da dieser ja nicht nur An- und Aus kennt, sondern eben verschiedene Werte liefern kann, haben wir mit InRange die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Sensor in einem bestimmten Bereich einen Wert geliefert hat. Wifi, API und MQTT können wir darauf überprüfen, ob diese überhaupt verbunden sind und zwar mit Punkt Connected und so weiter. Also ihr seht, hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, auf was wir in unserem ESPHome-Projekt überprüfen können und davon abhängig entsprechend unsere Aktionen ausführen können. Was uns jetzt gerade mal interessiert, ist für unser Beispiel der Punkt Script is running. Den wähle ich jetzt einfach mal aus und da sehen wir jetzt auch schon ein Beispiel für so eine Bedingung. Wir haben hier ganz normal einen beliebigen Auslöser mit On-Unterstrich und dann je nachdem, an welcher Stelle wir das Ganze integrieren möchten. Wenn wir jetzt bei uns in das Projekt reingucken, wäre das zum Beispiel unser OnClick. Und darunter schreiben wir jetzt einfach If-Doppelpunkt, darunter dann eingerückt Condition-Doppelpunkt und unter Condition schreiben wir dann die Bedingung, die wir überprüfen möchten. In dem Fall Script is running und die ID unseres Scripts. Wenn wir dann all unsere Conditions eingegeben haben, kommt als nächstes der Parameter Then und unter Then können wir dann wieder unsere Aktionen eintragen, die ausgeführt werden sollen, wenn unsere Bedingung erfüllt ist. Dieses Beispiel kopieren wir jetzt einfach mal, wechseln wieder nach ESPHome und fügen das Ganze hier jetzt einfach mal ein. Dann müssen wir das Ganze hier noch richtig einrücken. So, und in diesem Fall müssen wir hier auch gar nicht viel ändern, denn Script is running myScript passt in unserem Fall sogar, da ich im letzten Video die ID unseres Scripts ja nicht geändert habe. Deshalb heißt unser Script schon myScript, also passt das so. Das heißt, wir überprüfen hier an der Stelle, ob unser Script gerade aktiv läuft und wenn ja, dann würde er jetzt hier auf dem Logger in dem Beispiel ausgeben, Script is running. Wir möchten aber in dem Fall, dass unser Script gerade ausgeführt wird, das Script beenden und das haben wir ja schon gemacht mit Script stop. Das packen wir jetzt also unter das Then. Das heißt, drücke ich jetzt meinen Taster und das Script läuft, dann wird das Script gestoppt. Ansonsten passiert bei Tastendruck nichts. Da man nichts aber nicht so gut zeigen kann, möchte ich jetzt hier im anderen Fall, wenn das Script eben nicht läuft, auch noch etwas ausführen. Und zwar möchten wir dann das Script starten. Speicher hier mal eben. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, nach Then auch noch Else anzugeben. Und mit Else sage ich, wenn die den Bereich auch unsere auszuführenden Aktionen angeben, also sagen wir dann hier script.execute my-script. Und das war's auch schon. Jetzt wird bei Tastendruck, wenn das Script läuft, das Script gestoppt. Und wenn das Script nicht läuft, wird das Script gestartet. Das installieren wir jetzt mal auf unseren D1 Mini. Der Upload war erfolgreich, also wechseln wir jetzt mal in die Übersicht, gehen wieder auf unseren Reiter Test. Wenn ich jetzt den Taster einmal drücke, dann seht ihr, der Demo-Schalter wird aktiviert und fünf Sekunden später wieder deaktiviert. Drücke ich jetzt den Taster aber zweimal, dann sehen wir, der Demo-Schalter wird zwar eingeschaltet, weil das Script gestartet wird, aber dadurch, dass ich während diesen fünf Sekunden, wo das Script läuft, den Taster noch einmal gedrückt habe, wurde die Ausführung beendet und unser Demo-Schalter bleibt jetzt dauerhaft an. Wenn ich jetzt noch einmal die Aktion auslöse mit einem weiteren Tastendruck, dann ist das Script wieder gestartet worden, also fünf Sekunden später geht der Demo-Schalter wieder aus. Das wäre jetzt so der einfachste Fall von einer Bedingung. Schauen wir nochmal in die Dokumentation. Und zwar möchte ich jetzt noch einen Blick mit euch auf End, Or und Not werfen, denn in der Regel kommt es immer wieder vor, dass wir Bedingungen verknüpfen müssen und das macht man eben mit diesen drei Parametern. Wie ihr hier sehen könnt, das End, Or oder Not, das schreibt ihr unter Condition, wie immer um zwei Leerstellen weiter nach rechts eingerückt und dann darunter die Bedingungen, die ihr mit Oder verknüpfen möchtet. Das gleiche gilt natürlich auch für End und hier unten seht ihr es auch. Das gilt auch für Not. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt folgendes. Aktuell ist es so, wenn ich meinen Taster drücke, wird das Script gestartet. Außer es läuft, dann wird es gestoppt. Ich würde sagen, das Starten des Skripts soll jetzt nur noch erfolgen, wenn ich den Taster drücke und der Testsensor eingeschaltet ist. Also wechseln wir wieder nach ESPHOME in unser Projekt, scrollen ein bisschen runter und dann sehen wir hier wieder unsere Bedingungen und diese möchten wir jetzt erweitern. Und zwar möchten wir jetzt hier zusätzlich zur Bedingung, ob das Skript läuft, auch noch prüfen, ob unser Schalter aktiv ist. Heißt, wir sagen jetzt hier noch switch.is-on und dahinter die ID unseres Switches und zwar Testsensor. Diese beiden Bedingungen, die sollen am Ende beide erfüllt sein, damit wir unser Skript starten. Also müssen wir darüber ein End schreiben, denn wir wollen ja sagen, ist unser Sensor eingeschaltet und läuft unser Skript. Aber das stimmt so nicht. Wir möchten nicht wissen, läuft unser Skript, sondern wir möchten wissen, läuft unser Skript nicht. Und das wiederum können wir mit NOT, also schreiben wir hier NOT davor, rücken die Bedingung nochmal ein und so fragen wir jetzt an dieser Stelle ab als Bedingung, ist unser Switch-Testsensor eingeschaltet und läuft unser Skript gerade nicht. Und dann möchten wir unser Skript ausführen. In dem Fall kommt das execute also hier oben hin. Und in allen anderen Fällen möchten wir unser Skript stoppen. Jetzt müssen wir den Block hier eigentlich auch noch um zwei Leertasten nach rechts einrücken. Das machen wir auch nochmal eben. Und so wäre das Ganze jetzt eigentlich in Ordnung. Also nochmal zusammengefasst. Wir haben hier unseren Auslöser onClick, also wenn unser Taster gedrückt wird, den wir hier als Binary Sensor definiert haben, dann wird hier eine Bedingung abgefragt. Und wenn diese Bedingung wahr ist, dann wird unser Skript ausgelöst und sonst, wenn die Bedingung nicht wahr ist, wird das Skript gestoppt. Und die Bedingung enthält eben mehrere Abfragen. Die Abfragen müssen alle erfüllt sein. Dafür sorgen wir mit dem End. Und die zweite Bedingung. Script is running my script. Also die prüft, ob das Skript läuft. Die müssen wir negieren. Und das machen wir mit dem vorangestellten Not. Und das hier, das wirkt am Anfang immer ein bisschen verwirrend und gerade mit Einstieg halt immer die Probleme mit der Einrückung. Daher denke ich, ist das hier wirklich nochmal ein schönes Beispiel, wo man die Einrückung nochmal richtig sehen kann. Denn das If zum Beispiel, das leitet hier unseren gesamten Block ein. Das hier ist also unsere bedingte Abfrage. Condition ist diesem untergeordnet, genauso wie Then und Else. Deshalb sind diese drei Blöcke auch jeweils zwei Leerstellen eingerückt zum If. Alles, was dann zu der Condition, also zu unserer Bedingung gehört, ist hier wieder zwei eingerückt. In dem Fall nur das End. Alle anderen sind noch weiter eingerückt. Denn diese hier gehören ja wieder zu dem End-Block. Deshalb wieder zwei Leertasten. Und da wir hier nochmal die Negierung haben mit dem Not, deshalb muss hier unser Script Is Running eben nochmal zwei Leertasten eingerückt werden. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, halt, das sind aber vier Leertasten. Ja, wenn man von hier anfängt zu zählen. Ja, aber das Minus, das ist unsere Liste. Das heißt, die Einrückung zählen wir immer ab dem ersten Buchstaben unseres Eintrags. Das wäre hier das End von Not und von da aus sind es zwei Leertasten, die es eingerückt wird. Damit wir uns jetzt nicht mit der bestehenden Logik hier oben von dem Taster in die Quere kommen, schmeiße ich diesen Auslöser einfach mal raus und sage Install. Der Upload ist abgeschlossen. Wir gehen wieder auf unseren Reiter Test und wenn ich jetzt hier den Taster drücke, seht ihr, passiert erst einmal gar nichts mehr. Aktiviere ich jetzt aber unseren Testsensor-Schalter, dann ist bei dem Tastendruck auch sofort der Demo-Schalter eingeschaltet worden. Heißt, unser Script wurde ausgeführt. Er schaltet auch den Demo-Schalter wieder ab. Und genauso funktioniert es jetzt auch, wenn ich sage Start Action und ich drücke direkt nochmal, dann bleibt der Demo-Schalter an, denn unser Script wurde abgebrochen. Wenn ich jetzt nochmal den Taster drücke, dann ziehen wieder die fünf Sekunden Wartezeit und unser Demo-Schalter wird wieder deaktiviert. Nehme ich jetzt den Testsensor hier wieder raus, dann kann ich wieder auf der Start Action, also auf meinem Taster rumdrücken, so viel ich will. Unser Script wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt, mit so einem IF-Block seid ihr ab sofort in der Lage, anhand von Bedingungen den Ablauf eures ESP-Home-Projektes zu steuern. Ja, soviel erstmal zum Thema Bedingungen in ESP-Home. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP-Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort von euch begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns einmal an, wie man wiederkehrende Abläufe in Schleifen unter ESP-Home umsetzen kann und bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!